Die Vergleichswünsche waren sehr eng zusammengelegt von den Kampflächen, die wir entsprechend sind. Machen wir drei Vergleiche. Sechs, fünf. Im ersten Vergleich bitte nach vorne. Das ist ein vierter Vergleich. Startnummer 71, 72, 80 und 84. Doppelbizeps. Doppelbizeps. Lassismus. Seiden gegen Doppelbizeps. Rückenwertkommendbizeps. Doppelbizeps. 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 Seiden gegen Doppelbizeps. Ich bin nicht mehr in der Hand. Das ist eine gute Arbeit. Ich bin kein Wunder. Ich bin kein Wunder, aber ich bin ein Wunder. Wir haben die Köln. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Das ist ein Wunder. Der Wunder gestellt. Nächster Vergleich ist der Sechservergleich, wir haben alle ziemlich genau den gleichen Gärtenswünsche bekommen. Startnummer 69 und 63, bitte da rüber gehen. 73, du kannst da bleiben, genau. So, zweiter Vergleich, Startnummer 69, Startnummer 74, 75, 79 und 82. Zu wenig Startnummer 85. Beine. Das Ganze mit ein bisschen weiter da rüber. Ein. Doppelbizeps. Und auf. So, jetzt aber. Sehr gut. Platissimus. Gut Dominikon, Spannung. Super. Seidliche Brust. Krass. Sehr gut. Arm dran drücken. Doppelbizeps. Rückenansicht. Krass. Super. Ja. Doppelbizeps. Ja. Seidliche Brust. Ja. 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 Über bayner. Was wie bayern, seid mir. Die restlichen vier skincare-Athleten bitte, die mitte. Doppelbizeps. Da muss ich jetzt zurückblasen. Ja. Gratissimus. Seinliche Trizeps. Von vorne, Bauch und Beine. Von vorne, Bauch und Beine. Vielen Dank. Bitte noch mal alle Teilnehmer der Kategorie Junior Bodybuilding über 75 Kilo vorne auf eine Linie. Es war eine Vorentscheidung mit 14 Athleten in der Kategorie Junior Bodybuilding über 75 Kilo. Vielen Dank, meine Herren. Bitte hinter der Bühne gereicht haben. Ihr Finale von sechs Stunden. Danke.